Der nächste Gegner ist auch kein leichter. Der frischgebackene Meister, Red Bull Salzburg, kommt nach Graz und es spricht auf dem Papier mal wieder alles gegen uns. Was sind die Dinge, die Mut machen? Zum einen eben, dass die Salzburger bereits Meister sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie deswegen weniger Motivation haben. Aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere etwas vielleicht unbekanntere Spieler oder Spieler mit etwas weniger Bundesliga-Erfahrung zum Einsatz kommt. Und die sind sowohl zwar talentiert, als auch aber trotzdem fehleranfällig. Bei jungen Spielern zumindest. Das Risiko ist gegeben und wir können dies natürlich hoffentlich ausnutzen. Ansonsten sieht es personell, glaube ich, nicht so schlecht aus bei unserem Backis. Ich hätte jetzt keinen speziellen Ausfall mitbekommen bei der PK, was ich da so gehört habe. Ansonsten ist aber natürlich, ja, es etwas ein bisschen schwer, optimistisch anzugehen, das Ganze. Denn Sturm muss gewinnen, will man noch Chancen auf Platz 3 haben. Das wäre, wie gesagt, die direkte Qualifikation für die Europa League-Gruppenphase. Aktuell ist der WRC zwei Rundenverschluss, vier Punkte vorne. Wobei wir gegen die Wolfsberger noch das direkte Duell auswärts am letzten Spieltag haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen gewinnen und Wolfsberg auswärts bei der Wiener Austria verlieren. Gegen die wir unsererseits jetzt wieder verloren haben. Also, es ist alles so ein bisschen, ja, eine enge Geschichte und es kann auch noch enger werden. Also, ich will da nicht zu viel herumkonstellieren, aber wenn wir jetzt unser Spiel überraschenderweise gewinnen sollten, wirklich, und die Austria gibt dann Schützenhilfe, ja, dann ist das Ganze richtig eng in der Tabelle zusammen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Gegen Salzburg, ja, kann man natürlich schwer von einem Standardsieg ausgehen. Aber wenn unsere Jungs sich zusammenreißen, man hat ja zumindest spielerisch, ich will das Ganze nicht schönreden, aber zumindest einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, würde ich jetzt schon behaupten, zumindest in den Heimspielen. Also, man steht nicht mehr ganz so extrem tief wie noch vor ein paar Wochen. Man versucht schon in der Offensive auch was zu machen. Das Problem ist, es geht meistens halt nach hinten los, weil die Gegner uns ja die letzten zwei Partien zu Hause auch immer drei Tore geschossen haben. Man erinnere da an das Spiel gegen den Lask oder eben zuletzt gegen die Austria. Ja, wie kann man das Ganze verhindern? Ich würde sagen, ja, personell wird es, glaube ich, jetzt nicht den großen Unterschied ausmachen, wer auf welcher Position aufläuft. Das Kollektiv muss funktionieren. Man muss die Salzburger auf jeden Fall ein bisschen in die Schranken weisen. Wenn man sie einfach mal drauf losrennen lässt und ja, wir ihnen die Räume geben oder wir uns wirklich auch nur hinten reindrängen lassen, ja, dann wird es nichts werden mit dem Sieg. Also, da muss auf jeden Fall von Sturm genug kommen und ja, schauen wir mal, vielleicht macht der Pink ja mal wieder einen vorne. Das ist ja im Moment die einzige Sturmhoffnung, muss man ehrlicherweise sagen, die wir bei unseren Schwarz-Weißen zu beobachten haben. Bevor ich mich verabschiede, zunächst mal noch der Hinweis, das Spiel wurde ja zum 110-Jahr-Jubiläums-Match quasi hoch gepusht. Also, das heißt, es kann, glaube ich, mit einer ordentlichen Kulisse gerechnet werden. Es sind, glaube ich, über 11.000 Karten, was ich so gehört habe, auch schon weg gewesen oder soll schon weg sein. Also, ich hoffe natürlich, dass es vielleicht ansatzweise, ja, ausverkauft wird es nicht sein, aber ansatzweise voll wird, dass wir eben eine ordentliche Kulisse haben. Auf die Paris-Bullhansel brauchen wir uns da nicht verlassen. Und eben, ja, dass ihr mir natürlich in die Kommentare schreibt, wie geht das Ganze aus, schaffen wir. Ja, die große Überraschung wäre es für mich an der Stelle, wenn wir wirklich das Spiel gewinnen sollten. Oder, ja, fahren die Dosen drüber und können wir uns den dritten Platz abschreiben. Es geht ja auch noch um Platz 4, also zumindest die Qualifikation zur Europa League. Und, ja, Punkte müssen auf jeden Fall her. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei den Lenz TV, spätestens natürlich am Sonntag, beziehungsweise Montag, wenn das Video online kommt. Und, ja, von dem her, euer Elias. Auf die schwarzen Gamer-Burschen! Und bis dann! Ciao, ciao!